Sie hat wieder gnadenlos zugeschlagen. Nora Roberts, die Königin des Liebesromans. Diesmal geht es doch sehr romantisch zu. Ausgerechnet sie, die Heldin des Buches, die eine Hochzeitsagentur leitet und vielen Paaren zum Lebensglück verholfen hat. Sie leidet mit ihrer neuen Romanze. Na, wenn das, man ein gutes Ende findet. Nora Roberts, Herbstmagie, erschienen bei Heine. Es kostet 11 Euro und es ist wirklich eine richtig schöne Schnulze.